Über die Frage, wer Didi Mathe-Schitz bei Red Bull einmal nachfolgen könnte, wird seit langem spekuliert. Die Situation ist verzwickt, denn die Mehrheit an Red Bull hält die thailändische Familie Jovi da. Nicht erst seit Gerüchte über den Gesundheitszustand des Red Bull-Gründers Didi Mathe-Schitz die Runde machen, wird spekuliert, wer dem Milliardenunternehmer an der Spitze des Dosen-Sport-Imperiums der einst nachfolgen könnte. Ein logischer Kandidat wäre Mathe-Schitz' einziger Sohn, Marc, aus der früheren Beziehung mit Anita Gerharter. Der 30-Jährige, der seit einigen Jahren den Nachnamen Mathe-Schitz trägt, taucht zuletzt häufiger in führenden Funktionen in Teilbereichen der Aktivitäten seines Vaters auf. So ist er bis heuer im April Geschäftsführer der Mathe-Schitz-Wirma Thalheimer Heilwasser und macht dort als Bierbrauer von sich reden. Seit Anfang 2022 sitzt Mathe-Schitz Junior im Vorstand der Red Bull-Stiftung Wings for Life. Eine aktive Rolle im Kerngeschäft um die silberblaue Dose hat Marc Mathe-Schitz bislang nicht. Die Situation ist ohnehin kompliziert. Denn Red Bull gehört nicht Didi Mathe-Schitz allein. Er hat nur 49 Prozent der Anteile gehalten. Die thailändische Familie Jovidar, auf welche die Erfindung des Energydrinks zurückgeht, hat ebenso 49 Prozent. Weitere 2 Prozent gehören dem Familienoberhaupt von Jovidar, was in Summe 51 Prozent für die Thailänder ausmacht. Didi Mathe-Schitz, der Red Bull 1984 gegründet hat und daraus ein 8 Milliarden Euro Umsatzimperium geschaffen hat, kann trotz seiner 49 Prozent Minderheit allein entscheiden. Das gilt laut Geschäftsvertrag aber nur für ihn alleine. Ein Nachfolger bräuchte für alles die Zustimmung des Jovidar-Clans, allem voran schon, um Konzernboss zu werden. Gut möglich, dass die Thailänder eigene Pläne für eine künftige Ausrichtung und Führung von Red Bull haben. Das Familienoberhaupt von Jovidar selbst ist 70 Jahre alt. Sein Sohn kommt für eine Funktion in der Firma kaum in Frage. Er soll aktuell eine Anklage am Hals haben. Heuer, Ende August, hat Mathe-Schitz jedenfalls notariell eine Änderung in seiner Privatstiftung Kunst und Kultur DM vorgenommen, berichtet der Trend. Der Stiftungszweck ist um Sport erweitert worden. Das könnte heißen, dass Engagements abseits des Getränke-Business von Sport bis Medien und Kultur bei anderer strategischer Orientierung des Red Bull-Konzerns aus der Stiftung finanziert werden könnten. So wird spekuliert.